Willkommen beim Univerth Spielplatz. Während die Eltern essen und trinken, können unsere kleinen Gäste herumtollen und unseren neuen Spielplatz genießen. Ja, die Herausforderung war hier auf einer kleinen Fläche relativ viel Spielwert herauszubringen und ich glaube es ist uns hier gelungen von der Firma E-Norm einen Spielplatz aufzustellen, wo wir rutschen, eine Kletterwand, Panasieanlage haben, wo alles gut in einem Spielgerät ist und somit kann ich ihnen nur noch Mahlzeit wünschen und den Kindern viel Spaß am Spielplatz.